Samuel Guerra, 3 zu 2 Sieg, hoch dünn gegen den EZBL durch den Gamewinner gemacht. Sicher ein schönes Gefühl gewesen, aber ich nehme an, der Sieg wird ein bisschen schöner sein. Zwar hart und gekämpft, aber was war für euch? Ja, der Sieg ist viel schöner und auch viel wichtiger. Wir haben recht gut gespielt, also gut gespielt, ja, aber vor allem solide und damit gekämpft. Und ich glaube, das war das Wichtigste von diesem Match. Der Reto Raffainer, der Sportchef, hat eine gewisse Balance zwischen der Verteidigung und der Offensive verlangt. Das hat heute, wie man sieht, nicht so wahnsinnig schlecht funktioniert. Wie hast du deine Balance wahrgenommen? Ja, vor allem im ersten Drittel war es recht gut. Und dann im zweiten oder letzten Drittel hatten wir ab und zu etwas Mühe. Und darum würde ich sagen, wir müssen einfach weiter arbeiten, weiter dranbleiben und ein Step nach dem anderen machen. Was ist das denn? Ich habe mich bestimmt noch einen Einkauf in der Bühne von einemVEilen Schlaf, ich bin so sehr viel mehr auf, dass es mir geht? Und dann habe ich alles gedacht.